Freienmarschen Was ist mit dir? Hey, jetzt zeigt der Herr meinte mich jetzt auch noch an. Und dann verschwindet auch noch Nele. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Weil das bei dir was passiert ist. Mach dir keine Sorgen, ihr geht's garantiert gut. Wirklich, glaub mir. Der Besuch bei Fritz Mutter, der hat das ganz so ein Loch schlimmer gemacht. Wieso? Was war das? Sie kümmert sich um Scheißdreck um ihre Tochter. Das ist sogar auch eine ganze Ziege. Das musst du dir mal vorstellen. Die Mädchen an Zigaretten und an Alkohol. Das ist nicht dein Ernst. Die sollten wir beim Jugendamt anzeigen. Das ist das lieber, hinterher muss Mädchen das alles noch ausbauen lassen. Das hat keinen Sinn. Das hat wahrscheinlich recht. Wir müssen irgendwas noch unternehmen. Hast du schon mal bei der Schulabkommen?